Willkommen auf dem YouTube-Kanal des Vereins Sachsenswege. Vor ein paar Tagen hat die Bild eine Schlagzeile herausgebracht. Erster Berg wird bei Ebay verscherbelt. Es handelt sich hierbei um den Zirkelstein in der Sächsischen Schweiz bei Bad Schandau. Und es wird hier dargestellt, wie viele Quadratmeter es sind. Und es gibt auch noch eine Stellungnahme vom Sachsenforst, der, sage ich mal, die Bedenken der Allgemeinheit zerstreuen möchte. Also, dass der Wald zur Erholung von jedem Bürger und Gast betreten werden. Einen Wald einfach einzäunen geht nicht. Wir wollen uns das mal anschauen. Hier ist bei Ebay Kleineinzeigen, die Postbank als Makler, im Auftrag verkauft den Berg. Und hier steht auch noch mal die Quadratmeterzahl des Flurstückes. Wir gehen dazu mal auf Geoportal, suchen uns die Örtlichkeit heraus. Das habe ich hier bereits getan. Hier ist der Zirkelstein zu erkennen und das Flurstück Nummer 12-6. Wir klicken hier drauf und erkennen, dass es sich also wirklich nur um dieses eine Flurstück handelt mit 8,2 Hektar. Der Zirkelstein ist für die Gegend ein beliebtes Ausflugsziel, hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Und hier kann man auch schön lesen, eben diese Wege zum Gipfel, dass der Zirkelstein am besten von Schöner aus über eine gelb markierte Wanderroute zu erreichen ist, die an seinem Fuß vorbeiführt. Weiter, der Gipfel selbst ist über Treppen und Leitern besteigbar. Das kann man sehr schön auch, wenn man einfach mal Zirkelstein eingibt, es gibt tausende Bilder und hier sieht man auch die Treppen und wie der Berg erklommen werden kann. Dann gibt es oben noch eine Aussichtsplattform, die kann man auch bei Ebay Kleinanzeigen sich darstellen lassen. Wie ist denn das jetzt zu bewerten? Wir gehen nochmal auf das Geoportal und erkennen hier von der Ortslage aus, Schöner ist das, bis zum Zirkelstein verläuft hier ein Weg auf dem Flurstück 390. Wem auch immer das Flurstück gehört. Wir gehen nochmal auf Mappy, hier können wir uns sehr schön die Wanderkarte uns anzeigen lassen und erkennen also einen gelb markierten Weg, gelber Balken, der sogar auf einen Radfernwanderweg dann im Wald mündet. Also wir befinden uns hier in einem touristisch sehr interessanten Gebiet und den meisten dürfte sogar der Malerweg bekannt sein, der noch ein wichtigerer Hauptwanderweg ist. Aber es geht uns ja hier um den Zirkelstein. Wir haben sogar hier eine gastronomische Einrichtung oder eine Herberge, Zirkelsteinhaus, aber die nicht zum Verkauf hier steht. Man erkennt hier um den Zirkelstein herum verschiedenste Wege, die auch eben zu der Herberge führen und die Flurstücksgrenze, wir gehen dazu mal auf unsere Seite nochmal, ist genau hier. Der Sachsenforst hat natürlich recht, ein Wald oder die freie Feldlage darf nicht einfach eingezäunt werden. Außer natürlich, wenn der Waldeigentümer Bäume fällt und er macht Aufforstung hier in dem hinteren Bereich, natürlich kann er dann diese Aufforstung dann einzäunen, sodass man natürlich auch nicht mehr dann drüber laufen kann. Also der neue Eigentümer und das ist jetzt gerade der erste Wechsel des Eigentums, kann mit seinem Grundstück erstmal verfahren, wie er möchte. Es ist sehr sicher, dass natürlich diese Straße oder dieser Weg, also da muss natürlich mit Autos befahren werden, ein öffentlicher Weg bzw. Straße ist. Wir hoffen, dass dieser Bestandsverzeichnis der Gemeinde eingetragen ist. Dieser öffentliche Weg geht auch hier weiter und durch den Wald durch. Hier sieht man ja auch eine Kleingartenanlage oder Bungalowsiedlung oder was es hier gibt und wo er dann hier auftrifft, auch auf diesem Fernradwanderweg. Dieser Weg ist kein separates Flurstück, das ist aber für die Widmung eines Weges irrelevant, denn die Widmung liegt immer bildlich gesprochen über dem Eigentum. Also der Weg ist gesichert, die Gemeinde sollte irgendwann mal, und da hat der Eigentümer dazu auch einen Anspruch drauf, den als separates Flurstück heraustrennen und dass es aus dem Eigentum herauskommt. Wenn natürlich der Eigentümer von diesem Flurstück, das ist das Flurstück 390, auch möchte. Jetzt gibt es hier in diesem Wald natürlich auch Wege. Die kann man begehen, die kann man auch mit dem Rad befahren und dann gibt es natürlich auch diese Treppen und Leitern, um hier auf den Zirkelstein zu gelangen. Es gibt mit Sicherheit auch Ruhebänke oder irgendwelche Aufsteller von Wanderwege, Schildweiser oder Erläuterungstafeln und so weiter und so fort. Wenn die Gemeinde diesen Weg und auch den Zugang zum Zirkelstein nicht in ihrem Bestandsverzeichnis hat und auch nicht bis Ende 2022 eintragen wird, dann sind alle diese Wege im Wald inklusive der Leitern und so weiter Privatwege. Und der Eigentümer kann damit tun und lassen, was er will. Und ob der neue Eigentümer oder der Eigentümer, der in 40 Jahren dann Eigentümer ist, wir wissen ja nicht, wann wieder ein Wechsel des Eigentums geschieht, kann also tun und machen, was er möchte. Er kann also diese Leitern und Geländer demontieren, weil es ihm einfach zu gefährlich ist, wenn jemand auf diesen Berg klettert. Er kann diese Wege, er braucht ja für die Waldbewirtschaftung nicht so viele Wege, er kann die Wege zurückbauen. Hier zum Beispiel diesen Erschließungsweg von der Herberge wird ja auch nicht für den Waldgrundstücksbesitzer benötigt. Er benötigt ja meistens bloß eine Zufahrt und das könnte vielleicht die Zufahrt sein, um an seine Grundstück heranzukommen. Also wenn, wir wissen es ja nicht, was für neue Eigentümer es gibt, ob die die touristische Nutzung auch unproblematisch weiterhin gestatten und fördern, kann aber der Eigentümer dann natürlich die Wege zurückbauen. Und das ist eben die Gefahr, dass es unattraktiv gemacht wird, solche wichtigen und attraktiven Ziele, dass diese nach und nach der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sind. Deswegen plädieren wir nicht nur für diesen Wanderweg, der auf diesem Flurstück 390 liegt, also der gelbe Balken, sondern auch, dass der Gemeinderat sich Gedanken macht, ob es nicht doch auf dem Flurstück 12-6 öffentlich gewidmete Wege und Plätze gibt und die noch im Bestandsverzeichnis fehlen. Wir danken fürs Zusehen und fürs Zuhören, das soll mal an einem konkreten Beispiel dargelegt werden, warum es öffentlich gewidmete Wege aktuell noch gibt und was möglicherweise passieren kann, wenn die Gemeinden nicht bis Ende 2022 reagieren.